Hallo Gesche, du bist heute hier in Köln gewesen, aber bevor wir darüber reden, stell dich doch mal bitte ganz kurz vor, wer du bist und warum du in Köln warst. Gesche Joost ist mein Name. Ich bin im Kompetenzteam von Peer Steinbrück. Jetzt seit Mai bin ich nominiert und zwar für das Thema vernetzte Gesellschaft. Dabei bin ich auch noch Professorin und zwar für Designforschung an der Universität der Künste in Berlin und da behandle ich Themen der vernetzten Gesellschaft auf forschende Weise und zwar wie interagieren wir eigentlich in Zukunft mit Computern. Also Mensch-Maschine-Interaktion nennt sich das ganze Thema, weil ich von Hause auch Designerin bin. Und in Köln war ich, weil ich eingeladen wurde. Das ist der erste Tag meiner Deutschlandreise. Ich werde halt bis zum 22. September durch ganz viele Städte in Deutschland reisen, Leute treffen, mit Startups zum Beispiel mich unterhalten, mit Senioren, mit Familien, mit Jugendlichen, mit ganz unterschiedlichen Leuten und auch Verbänden, um das ganze Thema Vernetzung eigentlich insgesamt besser zu begreifen und die verschiedenen Perspektiven oder auch Probleme besser reflektieren zu können. Und du bist jetzt heute abschließend jetzt noch im Startplatz gewesen. Der Startplatz Coworking für junge Gründer, Startups. Was hast du denn jetzt hier aus dem Startplatz mitgenommen? Also erstens, dass es, ich bin ja selber lange in Köln gewesen, acht Jahre lang, dass es endlich so einen tollen Ort hier gibt, wie den Startplatz, dass hier Unternehmensgründer, Startups eben ihren Raum finden, ihren Ort, sich vernetzen können. Das ist ein ganz tolles Thema. Die Atmosphäre hier ist super. Ich habe eben auch mit Gründern selbst sprechen können und habe gemerkt, dass es genauso einen Ort hier am Mediapark unbedingt braucht. Und insofern war es ganz toll, heute hier zum krönenden Abschluss des Tages bei euch zu Besuch zu sein. So, jetzt laufen die Teilnehmer der Veranstaltungen von eben durch. Ich habe darüber gesprochen, über die vernetzte Gesellschaft und es hat sich doch ein bisschen gezeigt, dass das ein schweres Thema ist. Vor allen Dingen, man könnte sogar fast schon sagen, fast ohne Boden. Wie will die SPD mit dir im Kompetenzteam, was habt ihr so davor? Was wollt ihr erreichen? Ich finde es ein ganz tolles Thema. Also vernetzte Gesellschaft ist auch mehr als nur Netzpolitik, sondern es fragt sich eigentlich, wie vernetzen wir uns insgesamt in der Gesellschaft? Und da sollen eben alle mit im Boot sein. Und es gibt ganz verschiedene Ebenen. Auf der einen Seite muss man sagen, wir brauchen erstmal die Infrastruktur, damit man sich überhaupt vernetzen kann. Also Breitbandausbau ist ein ganz großes Thema in den ländlichen Regionen. Wir haben heute hier in Köln auch nochmal darüber gesprochen, wie ist es für junge Startups? Brauchen die vielleicht freies WLAN in Köln? Das könnte mal ein Projekt sein. Oder dass man auch sagt, haben die wirklich die richtig guten, breitbandigen Qualitäten hier vor Ort in Köln zur Verfügung? Also was braucht man eigentlich an optimaler Infrastruktur? Das ist so ein Thema. Ein zweites großes Thema, was wir heute auch besprochen haben, ist Medienkompetenz. Also vor den ganzen Datenskandalen auch, wie sieht es eigentlich für uns persönlich aus? Wie wollen wir in Zukunft mit unseren Daten umgehen? Das sollten wir eben von der Schule an lernen, vielleicht auch programmieren lernen, wissen, wie gehe ich eigentlich mit dem Netz um? Und wie gestalte ich das Netz selbst? Und das aber bis ins hohe Alter zu machen. Also eben auch Seniorinnen und Senioren habe ich heute auch getroffen, die gesagt haben, das Netz ist für sie auch ein toller Ort, sich auszutauschen oder auch Bildung in Anspruch zu nehmen. Aber sie haben doch großen Respekt oder vielleicht auch Angst inzwischen vor dem Netz, weil wir einfach durch die Enthüllung von Edward Snowden gemerkt haben, dass da Zugriff auf Daten möglich ist, den wir so nicht vorausgesehen haben in der Bandbreite. Und da gibt es eben verschiedene Themen, die wir noch haben. Digitale Arbeit ist ein großes Thema. Wie können wir Startups eben besser unterstützen? Wie können wir auf diese neuen Modelle der digitalen Arbeit eigentlich eingehen? Also dass es einfach von überall her passieren kann, dass es sehr positiv ausgelebt werden kann. Und was brauchen eigentlich Startups für Strukturen? Da war das Spannende, dass die Aussage hier war an der Finanzierung, das ist eigentlich gar nicht so die größte Hürde, sondern eher an der Transparenz, dass man besser kommunizieren kann, was passiert hier eigentlich gerade Tolles. An der Vernetzung scheitert es häufig, dass man die richtigen Leute eigentlich trifft und dass man auf eine Kultur trifft, wo es auch okay ist, dass man mal scheitert und dass man dann einfach wieder neu aufstehen kann und loslaufen kann. Und das ist was, weil ich eben auch selber aus dieser Szene so ein bisschen komme, was mir sehr am Herzen liegt, dass man das in Deutschland richtig ankurbelt und da, dass die Gründer richtig tolle Strukturen hier finden. Nicht nur in Köln hier an diesem Platz, sondern insgesamt in Deutschland. Aber trotzdem noch mal die kritische Hinterfragung. Es ist doch, es gibt mit Cybermobbing, was du ja auch zum Thema hast in den Schulen, die Cyberkriminalität, die immer wieder aktuell ist. Das ist doch ein riesiges Feld. Wie will man dem Herr werden? Wie will man diese ganze Infrastruktur, die ja immer wieder dynamisch ist, immer in Bewegung ist, immer wieder neue Dinge kommen und vor allen Dingen, was auch eben diskutiert wurde, mit dem Datenschutz. Wie will man dem eigentlich doch Herr werden? Was gibt es da also für Maßnahmen? Oder sagen wir mal ganz klipp und klar, was hat die SPD vor? Ich habe eigentlich so drei Stufen, die ich mir vorstelle. Das eine ist innerhalb von Deutschland, dass man sagt, also auch vor den Entschuldigungen über Prism, dass man sagt, was bedeutet Datenschutz uns auf deutscher Ebene? Und das ist etwas, was ich auch gerne mit Unternehmen zusammen mit definieren möchte. Wie können wir Datenschutz sicherstellen? Wie können wir Sicherheit enablen, wie man ja so schön sagt? Und da wäre sowas wie Security by Design und Privacy by Design ein erster Schritt, dass man sagt, schon in der Konzeption von neuen Services oder Produkten werden Sicherheitsstandards und Datenschutzstandards implementiert. Und das zweite ist sowas wie Privacy by Default. Dass man sagt, wenn ich mein neues Facebook-Profil zum Beispiel anlege, dass ich dann sicher sein kann, dass die höchste Datenschutzrichtlinie da umgesetzt ist. Und alles, was darüber hinausgeht, das wähle ich frei. Weil es geht eigentlich darum, nicht dass man datensparsam werden muss, sondern dass man nur transparent weiß und entscheiden kann, was soll eigentlich mit meinen Daten passieren. Das ist sowas, was auf deutscher Ebene passieren soll. Das zweite ist europäische Ebene, weil wir wissen natürlich, das Netz ist global. Europäische Datenschutzstandards sind was Wichtiges, dass man sich da zusammentut und sagt, Leute, es ist uns wichtig. Zum Beispiel soll es ein Recht auf Vergessen und auf Löschen von Daten geben, dass das besser implementiert werden kann. Weil heute ist es einfach nicht so, wenn ich mein Facebook-Profil lösche, dann ist es halt nicht gelöscht, sondern mit den Daten wird weiter operiert. Was gibt es da eigentlich für Ansätze, dass ich da bessere Kontrolle habe? Und das zweite ist ein sogenanntes Marktort-Prinzip, dass man sagen kann, globale Player, sowas wie auch Google, wenn die in Deutschland oder in Europa ihre Dienste anbieten, dann sollen sie bitte auch das hier geltende Recht einhalten. Und eben nicht sagen können, naja, die Server stehen ja in den USA, was kümmert mich, was ihr hier für Datenschutzrichtlinien habt. Also dass man mit solchen Instrumentarien eigentlich einen besseren Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher hinbekommt. Und die dritte Ebene, das ist ein richtig dickes Brett, das ist ein völkerrechtes Internet, dass man sagen muss, auf internationaler Ebene müssen wir uns hinsetzen und sagen, was sind Verhaltensregeln, die wir zum Schutz der Bürgerrechte eigentlich implementieren müssen, um mit dem Netz global umzugehen. Also dass man erstmal überhaupt sagt, Bürgerrechte sind wichtig im Netz, sie gelten auch im Netz. Und das müssen wir dann mit den USA, mit China, mit Russland verhandeln. Und das wird uns, glaube ich, das wird nicht morgen passieren können, sondern wird uns die nächsten Jahre oder vielleicht sogar die nächsten zehn Jahre in Atem halten, dass man da so ein völkerrechtes Internets eigentlich hinbekommt. Ich glaube aber, dass das unumgänglich ist. Auch wenn es eine große Aufgabe ist, muss man die jetzt beginnen, damit man vielleicht in ein paar Jahren da einen Schritt weiter ist. So, du musst ja schnell den Zug auch bekommen. Und deswegen abschließend noch, was wirst du Peer Steinbrück aus Köln mitbringen? Er ist einen ganz tollen Spirit, einen ganz tollen Geist, der hier herrscht. Das ist einfach eine ganz lebendige Stadt. Wir haben heute Morgen über das Konzept Internetstadt Köln diskutiert, wo hier dieser Platz total dazugehört, wo die Startup-Szene dazugehört und wo man auf verschiedenen Ebenen einfach diese Vision zum Leben erwecken kann, die die ganze Digitalisierung und vernetzte Gesellschaft eigentlich in diesem Begriff Internetstadt Köln total gut zusammenfasst. Und für mich ist das ein Modell gewesen, ich habe es heute so ein bisschen Kölner Modell genannt, wo man sagen kann, wir wollen das eigentlich auch in anderen Städten implementieren. Und das finde ich total super. Also ihr seid der Exportschlager hier. Ja, vielen Dank für das schnelle Interview noch. Und dann hoffen wir, dass du bald mal wieder nach Köln kommst. Ja, total gern. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.